Hier kann sie das Auto näher ran fahren. Wir haben Glück, sie haben den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du sollst in der Lage sein, über den Zaun zu klettern. Und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Wie leichts nicht sind denn diese Wachen? Dann hat einfach unser Fluchtauto schon hier vorbereitet. Stopp! Ok, lass den Motor an, den brauchen wir gleich. Ja und gleich mit dem Auto ab. Oh, zack. Schnell raus hier. Nix zu weg. Nein! 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 Ich kann nicht ewig rennen. Oh, kacke, 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 kacke. Und zack! Ja! Oh! Und dann raus hier! Aber aus dieser Stadt weg hier! Oh! Auf zur Oberwelt. zur Außenwelt werden wir in dieser Stadt nichts mehr zu verlieren nichts mehr zu suchen back here was wie kommst nicht mit werden es auf keinen Fall alles schaffen wenn uns die Wächter auf den Fernsehen sind ich kann sie für eine Weile ablenken aber du musst gehen im Manifest der Außenwelt steht wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen ich habe das geschrieben du gehörst jetzt zu uns das heißt jetzt nicht dass jeder die Außenwelt errichten muss aber einer von uns muss es tun U-Bahn-Schlüssel geh jetzt ich behalte dich in meinen Erinnerungssprecher kleiner Außenwettner nicht wenn du gesettet wirst von denen oh man nein geh nicht komm mit wir finden einen Weg wie wir gemeinsam da rauskommen alle Spider-San Momo Doc und Clementine und die Katze und B12 wir schaffen das wir schaffen das alle gemeinsam und wir werden eine große Familie komm mit lässt dich hier nicht zurück nein verdammt mann wir müssen jetzt ohne Clementine den wir gerne in die Oberwelt nehmen die anderen lassen wir irgendwie auch zurück ich will das einfach nicht glauben ich will das einfach nicht glauben ich will das einfach nicht glauben so wie bringen wir das Ding jetzt in Gang aber das ist ja noch ein Knopf sein Schalter Schlüssel haben wir hier jetzt haben wir den Inbanengang und wo dann Bitt zwölf, hast du einen Tipp? Die Schüssel sieht aus, als könnte man damit die U-Bahn starten. Ja... Das dachte ich mir auch schon. Aber wo, aber wie, aber... Müssen wir da von unten starten? Und wo starten wir denn jetzt? Wo ist denn der... Wo gehört der Schlüssel denn hin? Normalerweise ist hier so irgendwo anders... Das Blut. Ich sehe hier kein Schloss. Hm... Hm... Wie machen wir die... Wie schmeißen wir die Scheiß denn jetzt an? Hier irgendwo... Ach hier... Ach so, da muss die Batterie rein. Oha... Jetzt leuchtet da wieder alles. Es läuft wieder Strom. Per Batterie. Macht Sinn. Nur um ein paar Batterie betrieben. Naja... So, dann kommen wir doch bestimmt jetzt. Scheinwerfer an. Die Türen schließen. Zurücktreten an der Bahnsteigkante. Und auf geht's. Auf geht die Reise. Das Unbekannte. Irgendwo muss er die... Über eine Endstation haben. Irgendwo. Wie werden wir da mit uns hinfahren? Oha, Kontrollraum, jetzt wird es aber spooky hier. Endstation, jetzt aussteigen. Oha, wo bist du denn? Hallo, wie kann ich dir helfen? Ist das schon die Oberwelt? Wo sind wir hier? Sieht hier alles ziemlich sauber aus. Das ist ja hier. Wow. Oha, wir haben eine Nummer. Wir können hier ein bisschen weg machen. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Du bist vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Das sind diese willenlosen Roboter hier, von denen wir hier Dienst tun. Keine Persönlichkeit haben. Okay. City Sealed. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauer Stadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, ich muss an die Außenwelt. Durch diese Tür durch. Hier, wo finde ich diesen zertifizierten Typ? Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgelegt. Wende dich an einen zertifizierten Ingenieur. Einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Da ist der Kontrollraum. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Und du mobbst den Flur? Er ging mit dem Flur. Hör doch, wie kann ich dir helfen? Putz, ne der putzt nicht, wenn man nicht mobbt. Okay, wie kommen wir hier rein? Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Er sagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Okay, wo kommen jetzt den Menschen her? Er sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Bereidigung, die ich jetzt betrachte. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Okay, und wie schlägst du das vor? Okay, und wie schlägst du das vor? Ja, ach so. Ja, hier können wir vielleicht. Ich bin hierher holen. Nein. So ziemlich. Nichtlei. Für mich ist's nicht Woley, aber den Le nhiều ist der Putz-Roboter aus. Wenn ich irgendwie erinnere mich das noch ziemlich an Wölfenstein. MS. das ist ja bloß ohne geballerer okay der roboter muss noch ein bisschen näher ran alles klar spiel wölfenstein die modbasis in teil 2 hat die ganze der ganze ganze sache mit dem mit der u-bahn und so das hat mich das okay kontrollraum sind weiblich das ist der kontrollraum für die gesamte stadt von hier aus haben sie alles kontrollierte und erst mehr ich weiß noch wie sehr ich sie gehasst habe sie hat alles saubere lebensraum grenzenlose macht wehungsfreiheit aber es hat ihnen wenig genutzt die plage ich andere mich jetzt eine starbe und sie dachten sie stünden über allem sie taten nichts um zu helfen es hat so wie meine familie starb ich fühlte mich hilflos ich konnte nichts tun um sie zu retten aber dir kann die kann immer noch die kann immer noch helfen okay wir können immer noch nach draußen gehen gemeinsam ich werde die erinnerung an die menschheit und die menschen die ich liebte habe in mir tragen letzte hauptänderung und 77 prozent abgeschlossen genau das umwerfen das ist ja weniger zufriedenstellend noch mehr katzen oh da sehen wir die stadt alles da unten die slums der die obere stadt können wir nochmal zurückblicken auf das ganze spiel was wir bisher hatten endlich angekommen so was nun das hier ist der hauptcomputer den großrechner nachzuurteilen war schon seit jahren niemand mehr hier stadt wurde verwahrlost ganz genau die ganze ganze stadt steckt in einem april zyklus aus und aus längst vergangener zeit fest wenn wir ihn die aktive werden sollten wir die stadt verlassen können wir müssen den rest der systeme online bringen dieser computer in dieser computer enthalten die daten die wir brauchen wir müssen sie einschalten wenn du das tust suche ich nach passwörtern und verschlüsselten codes um in das system zu gelangen wenn damals nichts noch dazwischen kommt was soll da jetzt noch schief laufen so was müssen wir hier einschalten jetzt müssen wir darüber laufen oder was verstehe nicht ganz verstehe nicht ganz was tun wir uns was sollen wir tun was sollen wir machen was sollen wir tun was sollen wir machen können wir Tastaturen laufen oder was ok so scheinbar die Tastaturen machen die computer an das müssten alle sein es hat geklappt gut gemacht mein freund ich habe es gefunden ich weiß wie man die stadt öffnet irgendwas stimmt hier nicht ach was warte vielleicht lässt sich das umgehen roof control station system ist lockt da das ist die arbeitsstation um die stadt zu öffnen es gibt mehrere sicherheitssysteme die uns daran hindern sie zu nutzen jetzt müssen wir das tun was wir am besten können ich hacke mich in die richtung und du machst ein paar sachen kaputt ok was soll ich kaputt machen alles ist von von Sieht das auch an. Was ist da hier, was wir haben? Was ist da, 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 was wir haben? Aha. Wir müssen kratzen. Okay, der ist gehackt worden. Liebe Kinder im Herz, so hackt mein PC's. Computer. Genauso, nicht anders. Aha. So funktioniert das, so bringt man die PC's wieder in den Computer. Oha. Oha. Das System braucht mehr als ich erwartet habe. Oh oh. So. Bitte nein. Oh nein, wir müssen weitermachen. So hacken hier. Nein, halt durch. Ah. Krass. Warte keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen. Sobald wir die Arbeitsflation geöffnet haben. Halt durch B12, wir brauchen dich noch. Wird ich unbedingt verlieren. Ich sehe das doch schon kommen. Und wir werden wir am Ende auch noch verlieren. Und wenn wir alle verloren haben, können wir erst nach oben. So ein Hacken bitte. Das letzte Mal. Halt durch. Nicht genutzt werden. Oh nein. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Tanken mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Und was soll denn jetzt noch schief gehen? Na komm, jetzt. Mach's fertig. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Jetzt öffnet das Dach. Hör zu. Ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser, um Körper zu verkraften mag. Sag nicht. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen. Und die Stadt öffnen. Und das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklingte. Samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Nein, halt's Maul, B12. Wir schaffen das gemeinsam. Wir kommen da gemeinsam hin. Was für ein Blödsinn. Warum wir uns alle verlassen müssen, jetzt hier auf dem Weg. Wir müssen ganz alleine in die Außenwelt. Das ist doch nicht wahr. Ich dachte, ich müsste die Änderungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich das dir abnehmen. Oh nein, ich will nicht. B12 bleibt bei mir. Du warst ein treuer Gefährter. Du warst mein Freund. Das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Nee, ich will nicht. Nee, das akzeptiere ich nicht. Wenn nicht das B12 jetzt stirbt. Nicht B12. Nö. Och, Menno. Wir können auch bestimmten Weg finden wir gemeinsam. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, man. Ich will den B12 hier nicht zurücklassen. Oh, Mensch. Können wir den hier nicht mitnehmen, doch irgendwie heilen oder so? Ach, Mann. Nee. Ich will den hier nicht zurücklassen. Ich will den hier nicht ins Maul packen und einfach mitnehmen. Irgendwie. Ohne B12 jetzt an die Oberfläche. Ich weiß nicht. Oh, Mann. Wir müssen ihn nur zurücklassen. Sie verlangt das Spiel hier von uns. Na, es tut mir richtig weh. Es ist so traurig. Ich komme jetzt durch die Tür hier, wo es ist. Tatsache. Genau ist nach draußen. Uns nicht. Tatsache. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, also, hier seht ihr es nochmal, wie ich immer sage, hier seht ihr die Leute, die daran schuld sind, in einem großartigen Game. Also, wow. Ich verneige mich von den Entwicklern dieses Spiels. Es ist einfach nur fantastisch. Wow. Ich bin begeistert. Was soll ich da sagen? Das war eine fantastische Reise. Ja, das war Stray. Let's play Stray. Offiziell für Stray. Danke fürs Zuschauen. Es tut schon fast weh, das jetzt hier zu beenden. Danke fürs Machen dieses Spiels an die Entwicklung. Danke fürs Zuschauen an euch, liebe Zuschauer. Und ganz mitfiebern. Mit der Katze. Mit der kleinen, streunenden Katze hier im Spiel. Mit dem Protagonisten. Ja. Haben Sie noch einen flauschigen Tag. Und da guckt es nochmal. Ein fürstlich flauschigen Tag. Ja. Ja. Haut an. Bis zum nächsten Let's Play Projekt. Auf meinem Kanal. Das war echt. Der Hammer. Das war echt. Das war in Wahrhaft für das nächstes Player. Hat mich echt gefreut, das für mich zu spielen. Ja. Wer hat mir noch eins zu sagen, Roter Renner. Mal sieht sich. Bis dann. Ciao. Mal sieht sich. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.